Neues Wettbewerbslevel freigeschaltet. Neuer Koch. Ja gut, das ist jetzt nur Optik, ne? Hoffe ich mal. Ich denke mal nicht, dass es leichter wird. 5 Sterne? Ne, was heißt das? 5? Schwierigkeit 5? Keine Ahnung. Oh Gott, so macht man einen Burger. Fleisch bearbeiten, braten. Ja, aber ist das gleiche Prinzip letztendlich, ne? Und dann auf die Bulette. Ne, aber egal. Ähm. Warte mal. Ich brauche Fleisch. Geh mal her. Wie immer nur Fleisch. Äh, ne, was muss ich damit machen? Ich dachte, ich muss das da reinmachen. Ne, du musst das erst bearbeiten, erst bearbeiten. Womit denn? Ja so, einfach so. Ne, hinstellen und dann bearbeiten. Ach so. Du musst das ja klein machen oder irgendwie sowas. Ne, 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 das geht nicht. Geh mal weg. Geh mal weg. Ey. Ach so, bei mir. Ach, sag das doch. Oh, du musst das bei dir machen. Ja, ich wusste nicht, dass du die nicht hast hier. Los, mach schnell Buletten. Ja. Äh. Ne, was brauchen wir? Salat brauchen wir noch. Hol mal Salat. Schnell. Salat brauchen wir noch. Was ist denn Salat? Da. Oh, wir sind so schlecht in der Küche. Ja, warte, den müssen wir auch schalten. Ja, das sag ich doch. Hör doch nicht zu. Bei dir ist irgendwas. Da schnell, nimm das runter. Ja, was muss ich jetzt machen hier? Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach nur Salat. Komm schon. So, ich hab die jetzt hier, warte mal, Bulette, links und und, und, und. Wie mir recht was zusammen? Mit dem. Da drauf. Auf dem Teller. Dann kommt die Bulette. Ich kann jetzt leider nicht sehen, was du da machst, deswegen... Dann kommt das. Und dann ist es fertig, oder? Okay, ja, okay, okay, okay. Also ihr habt unten rechts das Fleisch vorbereitet, ja? Ich brauche mehr Buletten. Aber die muss ich nicht bearbeiten. Die tust du einfach so drauf, nehme ich mal an, ne? Äh, nee, aber... Hast du jetzt Fleisch noch mal gebraten, ne? Ja, alles hier unten. Äh, nee, gebraten nicht, nur vorgefertigt. Ja, aber das ist scheiße, weil die brauchen ziemlich lange. Du musst die da reinmachen gleich, wenn die... Ja, aber das ist doch deine Seite. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe mir runtergeschnitten. Ich brauche eine Bulette. ich brauche keine bolette ich brauche das andere wo sind die okay wir sind total daneben einmal ein paar von den bürgern ach da muss auch tomate mit rein bei dem einen ja ich glaube irgendwas da oben bei dem rennt was an ja holt es doch mal da runter hier und wenn man spielte du spielst auch nicht man ja was soll ich den spiel machen ja alles alleine du bist gar nichts machen du erzählst mir ein ich muss doch dies machen und das machen ich habe hier massiv fleisch vorgefertigt ich habe jetzt hier keine ahnung was alles vorgelegt ich weiß schon gar nicht mehr was das alles ist ich brauche ich brauche noch mal hier muss noch salat drauf und meine boletten ja ich habe die falsche bestellung gemacht warte mal da darf kein solar drauf ich brauche noch eine bolette irgendwie noch mal eine neue und immer die eine kann ich abgeben okay aber die die einzelne mit da ist nur fleisch und bürger nur mit fleuten das könnte nie sein ja aber ich brauche kein salat ich brauche mach mal bitte schnell die teller mach mal die boletten kaputt haben keinen kann hier ah mann ich wollte es abstellen nein was brauchst was brauchst du den handel eingestellt steht doch da oben was man braucht wir haben zwei bestellungen abgeliefert oh scheiße sind wir schlecht oh mein gott das würde ich aber gerne noch mal wiederholen ehrlich gesagt ich nicht ja doch weil wir jetzt ungefähr wissen worauf achten müssen das meine ich jetzt ja du hast ja ich mache dir das was du brauchst mache ich dir immer also in die mitte einmal nur ein versuch mache ich dir immer in die mitte rein so dass du die sachen nur holen muss und dann rein machen muss okay probieren wir das einfach mal ich habe ja keine ahnung davon gab dass der fisch ich dachte das sind immer die gleichen sachen die da drin sind da waren ja immer das eine war ja auch zu ja das fiel dir aber erst nach der hälfte ein was wir gemacht haben so ok moment fleisch ich gebe immer fleisch komme ich mache mir auch mal ein klein liegt das sinn weil das kann so hier ist fleisch ich mache hier auch schon mal ein bisschen fleisch arbeite ich immer vor aber das was hier unten liegt ist nur für mich vorgearbeitet das ist dann nicht für die nächste bestellung das hier ist immer für die nächste bestellung was da ist wo ich gerade gezeigt hat ja so dass tomate salat so mit daran aber kümmere dich erst noch um die nur fleisch bestellungen ja ja ich bin ja schon und den bürger brauchst du ja gut den bürger möchte jetzt hier oben hinlegen so und danach brauchst du wieder fleisch eine bestellung habe ich abgeliefert dann das nächste aus der mitte nehmen wenn du ganz gut wenn du sagst wenn wenn da irgendwie ein teller fertig ist oder so ich meine gut hier die dinge ja aber da ist einer ich sehe es ist das problem ist du legst du ja nur in die mitte wie gesagt doch salat salat fleisch nee ach dass das gerade abgeliefert salat fleisch das ist das was hier unten ist das kriegst jetzt als nächstes ach komm ach so das ist ein bürger ding dann salat ich erkenne die dinge so schlechte fleisch brauchst du dann auch fürs nächste wieder ja apfel teller kriegst du auch gleich weg so die bestellung haben wir so das kann man schon mal so danach haben wir salat und steak das machen wir auch nein aber guck oben immer noch mal nicht dass ich mich dann vertue oder so ne guck oben immer noch mal ja das problem ist du legst die teller da oben hin ja wenn ich die gewaschen habe ja gespielt habe ich brauche noch eine tomate und dann brauche ich salat wirst du die da unten dann haben warte mal tomate hast du oder hast du gerade mitgenommen ja jetzt alles schon erledigt der die eine ist doch weg schon wir brauchen jetzt als nächstes nur einen zum jetzt legt das ding das fleisch man jetzt nichts sagen aber ich würde mal behaupten als nächstes das ist gut ich lege dir schon mal für die für die bestellung danach was dahin ja also nicht wundern dass zweimal fleisch da liegt sie haben eigentlich nur drei ach so weil du einen unten hattest warte mal einmal nur fleisch ja zweimal nur fleisch jetzt auch noch mal nur fleisch und jetzt muss ich salat machen salat und fleisch schneller das heißt hier schneller ich lege dir die sachen immer schön dahin so danach haben wir dann nur fleisch also langsam ich krieg zwar immer noch nicht so richtig mit dem hin und her laufen hin aber ansonsten geht es dann aber nicht mehr so viel flamme geschaffen nein wir haben acht bestellungen gemacht und haben keine fünf sterne fünf sterne keine drei sterne ja weil wir 280 haben müssen da hätten wir echt so viel bestellung machen müssen dass das ja gut man hätte jetzt mehr von denen in gleichzeitig machen können wir haben halt das war aber ich habe jetzt genau nachdem aber das war nein das braten der bürger dauert aber zu lange also das hätte man da hätte ich hätte ich mehrere braten bis ich da alle vier braten müssen immer ja gut okay das egal da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet ich habe nur auf die bestellung aber ich meine dafür haben wir es jetzt nicht schlecht gemacht muss ich mal sagen ja also im vergleich zu eben wo wir nur zwei bestellungen gemacht was man auch machen muss und wie lange das dauert wenn du weißt das dauert so und so lange dann musst du das so machen bonjour so nicht muss drücken bonjour ich bin leo der tiger ich helfe ihnen heute im restaurant was wir jetzt mal dreimal tomaten warte mal da unten ja aber wo ist das zum hacken nach da ich habe das daneben geliebt das ist aber scheiße wenn man einmal hoch und runter laufen müssen also entweder legt hier unten material hin ich brauche ich brauche ich brauche champignons ja die brauchst du als nächstes er legt die mir daneben dann brauchst du wieder champignons da ist was also hacken kann ich ja teilweise auch hacken kann ich ja teilweise auch schon äh so das ich weiß jetzt nicht hast du jetzt ne du musst erst mal die anderen machen ne ach ne ich muss noch champignons da machen ja 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 ich dachte die hättest du schon durch deswegen ja ich bin immer von oben nach unten am laufen deswegen frage ich ja ja ach komm ey äh du brauchst dann die tomaten ne du hast jetzt drei ja mach sag mal schnell mal nimm die mal eben schnell ja nicht die äh dann brauchen wir die anderen dinger zwiebeln genau zwiebeln ich komme jetzt auch wieder drauf ach komm jetzt nein oh man ey ach komm was warum ich habe keine teller mehr auch scheiße ist keiner teller gewaschen ich du sagst ja nicht dass ich was machen soll ja die stehen da unten darum mach mal bitte unten das brennt an nimm runter einfach schrei mich nicht so an es muss schneller gehen ich bin ja alles am klein hacken damit du die arbeit schon mal nicht mehr hast ich bin ja alles für dich am vorbereiten ja das wird es gerade verkacken ich mache schon mal das was du eigentlich die ganze zeit machen solltest ja aber wir brauchen tomaten die tomaten sind doch als nächstes oder nicht hä die tomaten hast du doch gerade weg getan ja aber wir da waren auch noch einmal tomaten also und champions wackelt champions ist dringend ja ist dringend die kam aber danach ich muss doch von links nach rechts hier ein rechts schnell runter nehmen ich will nicht in so einer küche arbeiten ganz ehrlich ja ich verstehe auch da sind ja irgendwelche ich sehe das jetzt gerade auf die schnelle nicht da sind irgendwelche farben oben noch mit dran heißt das grüne jetzt das ist das wichtigste oder wie ja wahrscheinlich das ablaufzeit dass das die zwiebel laufen gleich ab das ist ja weil rechts und tomaten so das ist das kleinste ok fertig das ist aber jetzt scheiße wenn man sich da so behindert ja bei dem anderen konnte noch drüber rumlaufen aber hier kann es ja nur riesen aber auch hier viel weniger für den vierten für den dritten stern muss 160 haben und wir haben 120 geschafft also das war schon nicht schlecht werden noch zwei bestellungen gemacht müssen mit drei sterne gekriegt wieso haben wir denn nur sechsten ach so das wird abgezogen wieder ok wir haben da habe ich jetzt vorher noch gar nicht drauf geachtet unerledigte bestellungen naja gut also mit zwei stellen bin ich zufrieden wenn das jetzt einer ist muss ich ganz ehrlich sagen finde ich dann ein bisschen naja mal gucken da hast du jetzt auch immer platz und da müssen wir auch bürger wieder machen dann sind es breit oder fangen sind da platz wird schon mal gut ja aber das ja ich weiß das scheint trübt was soll man denn ach so diese scheiß bürger wie sicher doch ne ich mache die schulung aus salat hast du nämlich fleisch drauf was ist das fleisch was passiert los was jetzt nein hochgemusst ich komme nicht mehr dahin weil ich hätte da hochgemusst ja super wollte ich mich jetzt eine kacke ach so ne hier kann man noch was braten so das fleisch meine seite nicht zu viel fleisch man will können aber ich wollte schon mal ein bisschen was vorbereiten ja das salat macht salat und so da das geht runter das ist noch nicht fertig sagt mir doch nichts im braten fleisch und ja ja wo sind die bürger ein hast du rechts rechts sind hier so scheiße was auf bleibt oben bleibt oben das ist immer noch nicht doch ich kann es sich da oben ausliefern ist jetzt mal jetzt ist deine deine fahne ist hier unten drin ja das ist alles misst da oben verbrennen auch gleich die sachen da oben verbrennt da oben ich fand es jetzt nicht mehr darum nicht also einer muss auf der anderen seite bleiben das habe ich ja bleibe oben ich habe es noch nehmen können aber welche bestellung bist du jetzt gerade okay das ist jetzt nur fleisch bleibt oben bleibt oben bleibt oben ja aber ich habe hier oben nichts kein zeug mehr das immer doch ich habe hier keinen teller mach mal die teller auch ja die kommen nicht wieder musst du musst du die kommen die hin die müssen zu mir eigentlich ja geil ich brauche ich brauche an der warte mal ich werfe dir runter ich bin runtergefallen tomaten und da unten das fleisch habe ich runter genommen ich weiß jetzt nicht du musst mit zeug rüber bringen damit ich da oben was machen kann sonst kann ich nichts machen wenn er wieder hoch geht ja jetzt wieder zu warum da kommt du hast die pfanne bei dir oben ja aber ich habe kein zeug mehr ich war doch ich brauche nur ein für doch den kriege ich bin ja einfach tomaten brauchen wir gar nicht scheiße wir brauchen salat noch mal salat brauchen wir mehrfach noch mal salat bitte ich bin runtergefallen wo ist das haben wir noch eine minute da unten irgendwas piepst nein das war der falsche bürger sag mir das doch du musst jetzt nur fleisch machen nein bleib oben bleib oben fleisch und salat salat habe ich dir hingelegt ja aber ich habe keine teller hier die habe ich gerade gespielt aber ich kann mich immer hoch ja toll ich habe auch kein warte mal ich kann ja nicht runter bringen nämlich da ich brauche ich brauche ich brauche nur fleisch habe ich nicht mehr jetzt unten pfanne haben müssen nein wir sind eh im marsch trotzdem noch zwei keine unerledigte bestellung ja dort ist mehr zeit glaube ich für die bestellung aber wegen diesem hohen runter gehen da aber das trotzdem das kraft also man muss sich das genau einteilen man hätte sofort am anfang zeug auf die andere rei geschaffen müssen einer bleibt oben und als erstes wussten wir aber nicht nur nee als erstes muss man glaube ich dann dieses fleisch machen weil das braucht am längsten jahr neuer koch was ist das ein affe oder neues wettbewerbslevel ich weiß nicht ob ich das möchte sind das vier küche oder was ja auch nur freigeschaltet aber man kann nur mit zwei spielen oder man kann nicht zu viel spielen ist doch hier kommt vier vier dinger und doch 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 und aber ich brauche jetzt jeder das spiel ich brauche ich eigentlich nicht sagt er noch was ich kann mich bewegen meine kleinen freunde wir schreiben jetzt das jahr 99 es ist zwei jahre her dass wir uns gesehen haben die zeit ist wirklich wie im flug vergangen nicht wahr eure reise kommt gut voran ihr werdet allerdings an eurer zusammenarbeit arbeiten müssen wenn ihr euch den herausforderungen stellen wollt die euch bevorstehen reist gehen durch mehr und nun geht meine freunde kann es nur weiter machen ich gehe dann schon mal